Leipzig, es ist 11 Uhr und langsam erwacht die City aus einem tiefen Schlaf. Denn heute beginnt wohl die größte Party hier in der City, der CSD. Und es wird von niemandem geringerem als von eurem wunderschönen Freund Giacomo moderiert. Hallo und herzlich willkommen zu Gay-TV. Homophobie ist heilbar, so heißt das Thema unseres heutigen CSDs. Wir sind heute hier unterwegs und gucken mal ein bisschen die Lage, wie ihr schon seht. Ich habe endlich meine Operation, die ersten Haare sind schon da. Und ja, ich habe mir auch schon ein bisschen Latinohaut implantiert, deshalb ich ein bisschen heißer ausdehe. Und jetzt gucken wir mal die Lage und gucken, was das so abliegt auf dem CSD. Und dann hat mir viel Spaß. Ich hoffe, wir haben noch Kondom und Kleinkräden dabei. Endlich beim CSD angekommen, muss man sich natürlich auch ein bisschen schick machen für die Leute. Deswegen gehen wir hier in ein kleines Stammlokal. Endlich auf dem Festgelände. Hier spielt sich das bunte Treiben der homosexuellen Freunde ab. Meine Freunde sind schon alle da. Transen, Lesben, Bisexuelle und natürlich Schwule. Und wir gucken uns die Lage an. Wörter wie Schwanzlutscher, Arschficker, Schwuchtel sind hier nicht erwünscht. Allerdings, auch die katholische Kirche hat runterzuleiden. Und das hier ist ja nun vollkommen am Thema vorbei. Den Kinderficker überlassen wir lieber denjenigen, die sich damit wirklich richtig gut auskennen. Der katholischen Kirche zum Beispiel. Und manche Schimpfnotter werden sogar als Hobby umgepolt. Oh, Schwanzlutscher, das ist doch keine Beleidigung, das ist mein Hobby. Eins meiner guten Highlights waren diese heißen CSD-Danser, wie ich mich über den ganzen Tag gefreut habe. Und hier die besten Momente davon. Es ist geil. Es ist geil. Es ist geil. Aber auch beim CSD gibt es fürsorgliche Menschen. Viel Spaß beim Poppen. So, ihr habt ja gerade schon ein paar Aufnahmen gesehen. Und jetzt geht's hier los. Die große Parade. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Auch im Alter kann man noch Spaß haben. Und ich hab auch mit dem ganz Alten noch Spaß. Wie kann eine Menschen schmied ja lachen. Mit den Alter an Hosen was machen. Auch ich, der schüchterne Giacomo, hat mal Bock ein bisschen Party zu machen. Uhu. Ich bin so froh. 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 So, das war's ja vom CSC 2011 aus Leipzig, ich hab den Luca Toni hier gefüllt, ich geh jetzt mit ihm nach Hause. Tschüss, bis nächstes Jahr! Erst snuppen, dann poppen. Ja!